Das kann doch nicht wahr sein! So, so mal sind Sie wahnsinnig! Oh, ich bin doch Papa! Steig ein! Na komm Papa! Drüben! Ja! Ja! Gibt es einen Unterschied zwischen dem Kaugummi und dem Trabi? Gibt es gar keinen! Wenn du drauf trittst, schlepp einen Peter am Schuh! Hahaha! In serio! Hahaha! Ich lebe voll an! Und wie kann man den Wert eines Trabis verdoppeln? Indem man ihn volltankt! Hahaha! Volltankt! Was ist der Unterschied zwischen dem Trabi und dem Konto? Gibt gar keinen! Jaa! Hahaha! Hahahahahahaha! Jaaa! Hahaha! Hahaha! Kennst du den? Der Trabi landet im Straßenjahr im Naun im Kuhfladen. Was ist der Kuhfladen? Was bist du denn für einer? Der Trabi, ich bin ein Auto. Der Kuhfladen? Wenn du ein Auto bist, bin ich ein Pitzer. Pitzer wo? Da sehen wir uns nicht in dieser Welt, da sehen wir uns in Bitterfest. 118 Trabi-Witze. Grüß Gott mein Schorsch, dass du keine Ohren hast. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.